Angriff. Und dankbar. Kosten keine Kraft, sind gut für die Psyche. Da stand der Block eigen. Nach der Aachener Abwehr. Der Osteraufschlag, dann ein langer, harter, hinterher. Das ist die Challenge, den Videobeweis. Sie sind sich da sehr sicher. Hat Aachen gewonnen mit 25 zu 21 und wir haben uns in der Versatzpause. Das ist ein wilder Ballwechsel, den Aachen hier gewonnen hat. Auch ein ganz cleverer Wechsel in ihren Angriffen gegen den SC Potsdam. In fünf, sechs zu hören und rein zu hören. Der Doppelpass. Aber lange verletzt in dieser Saison. Hatte eine Schulter machen. Also es blitzt immer wieder auf. Das Naas hoch, drei Zentimeter zu. Aachen hält zu Münster. Punkt zu Badavidovic. Der Pass ist vielleicht ein bisschen flach. Ah, Münster gegeben hatte. Krallt sich Maria Schlegel. Das war sie, die 19-Jährige. Für ihre ersten Einsätze. Und der Punkt gemacht. Ja. Das war... Jana Polk zuckt so ein bisschen. Aachen scheint in den entscheidenden Phasen immer so einen Ticken noch draufpacken. Hilary Howe, Jana Polk machen einen Ball nach dem anderen Wechsel.